Das hört sich auf jeden Fall ein bisschen Hightech mäßig an. Hier werden wir eine Menge Strahlung abkriegen. Ja. Hauptsache dieses Vieh ist weg. Ist noch irgendwas zu looten? Oh, leider alles leer. Ja. Schade. Hier gab es ja glaube ich auch ein schönes Hef, was ich damals gefunden habe. Da habe ich mich recht im Sinne. So. Freedom Trail. Wie schön, dass es gerade hell ist. Das ist gar nicht praktisch. Ähm. War der nicht hier? Sag mal, hab ich mich jetzt vertan? Kambit Zone. Aber das war doch hier. Ich muss mal hier einmal rumgehen. Ich muss mal alles noch da. Ja. Was ist das denn hier? Freedom Trail Markierung. Sieben und A. Irgendein Code. Ah, ja. Na klar. Den Freedom Trail, den gibt es ja auch wirklich in Boston. Und der ist auch in Wirklichkeit mit irgendwelchen Steinen markiert, die quer durch Boston an irgendwelchen, äh, Denkmälern und sowas vorbeiführen. Und ich denke mal, dann wird der das hier sein. Hier. Deshalb konnte mir dieser Roboter nicht großartig weiterhelfen. Ich muss scheinbar hier diesem Dingen folgen. Geht mal fast davon aus. Stimmt das denn? Ich mach es einfach mal. Ah. Aha. Also, ne, wer das nicht glaubt, kann mal googeln. Freedom Trail Boston. Findet man. Ich bin tatsächlich nicht. Massachusetts State House. Muss ich da jetzt rein, oder, ähm? Noch nicht, ne? Was ist das denn hier? Was ist das denn lächerliches? Der geht einmal im Kreis, alles klar ist, ja. Wir gehen mal kurz hier rein. Kurz. Ich hoffe kurz. Ich hoffe nur kurz. Ich hoffe nur kurz. Hallo. Ist it me you're looking for? Nein? Ah ja, lasst doch bitte einfach leer sein. Das wäre doch mal schön. Einfach mal. Keine Gegner. Nur mal kurz hier gucken. Alles klar. Gibt es nix. Wir fahren hier nach Hause. Doch, das blaue Licht, das gefällt mir doch. Sehr. Aber ich seh, hier sind schon wieder irgendwelche Riders. Sekunde, ich mach. Ich war hier unten noch nicht fertig. Ich würde gerne erst mal kurz hier unten alles abchecken. Ähm, was ist denn hier? Nichts. Ach so, hier guckt man da auch so rein. Ja gut, dann war ich da schon richtig. Unverhoffterweise. Es geht nur hier lang. H-Klammer-Box. So, vom Geräusch her würde ich ja sagen, hier sind wieder irgendwelche komischen Mylerks unterwegs oder sowas. Ja. Was habe ich gesagt? War ja klar. Na, der hat das denn. Kann ich sehen. Was ist denn? Ein bisschen Jet wäre jetzt nicht schlecht. Ein bisschen Jet? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn Jetlag? Komm doch ab, ey. Das war damals bestimmt. Ah, toll. Der hat wieder nicht aufgepasst. Die Schweizer war's. Muss ich mir ja einmal umgucken. Muss ich mir ja einmal umgucken. Okay, gibt's jetzt nichts Besonderes. Wie geht's denn noch? Gut. Wie geht's denn noch um den Raider? Wie geht's denn noch um den Raider? Ja, mal einen Schrank. Hier in der Ecke war ich schon, ne? Ah ja... Oh! Licheln! Eine Kiste! Also wirklich sehr oldes Statehouse hier, ne? Oh ja ja! Das ist alles! Das ist alles! Das ist alles, was wir hier zu tun? Das ist alles! Das ist alles! Das ist alles! Was? Was ist das Interessant hier? Das ist alles! Nein... Das ist alles! die mit der löscher die base nehmen wir auch noch mit Die gute Ming. Dann geht es schon wieder hoch. Hier gucke ich nochmal eben rein. Wer bist du denn? Watt, wer bist du denn? Geht es denn noch? Halt. Ach ja, ich wollte doch nur hier unten den Aluminium-Kanissel auch mitnehmen. Ich höre da doch noch so ein Vieh. Wann wäre hier nicht gerade? Scheinbar nicht. Hallo. So, Inventar. Wir nehmen mal ein bisschen was Leckeres. Was haben wir denn hier? Ja, ähm, knuspriger Bissen, Leguan am Stiel. Zack, so. So, Leguan am Stiel, naja. Möchte sich sowas nicht mal gönnen. Richtig knusprig. Wann sind die denn alle her? Die kommen aus dem Deckel gefallen? Was ist das? Und wer hängt hier so? Wieso sind jetzt hier auf einmal Raider? Wo bin ich hier urplötzlich? Was hast du noch nachgesehen, oder? Ich hab gar nichts hier. Oh nein. Ich bin ein Jäger. Ich bin ein Jäger, der gleich mit hier ist. Ich wüsste. Ich bin ein Jäger. Am Ende. Ich hab mich hier gerade geschoben. Vorsicht. Man kann nie wissen, wo das herkommt. Ah. Das Blut von Leuten zu vergießen, die es nicht verdient haben, ist unsportlich. Aber im Commonwealth verdienen es viele. Ja, ja. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Oh Leute, da habe ich doch keinen Bock drauf jetzt. Sag mal, wo bin ich hier? Ich muss nochmal zurück. Können wir doch alle einsammeln mit ihr, ne? Können wir wieder einen leckeren Ei-Homelett machen? Boah, das ist aber eine Menge hier an Eiern, ne? Ja, aber viele Omelettes backen da. Boah, lieber euer Gesangsverein. Boah, lieber euer Gesangsverein. So, also hier war ich gerade. Ich habe, ich bin hier über... Ja... Nein, wo kommt das Vieh denn her? Warum? Wieso auf einmal? Oh shit. Oh shit. Uh, was sonst noch have ich? Ich bin hier. So Ach jetzt steigt er nicht auf, ey Ich bin der Ich bin der Oh, ich bin der Ja, ich bin der ich verpasse hier doch irgendwas wo kommen die typen die stimmen die müssen doch also scheiße das sieht noch im hinterhalt aus ach das war eine krone guckmine was machen die da der weg so ok da bin ich jetzt nicht draus schlau geworden ja ach ne endlich ist so nirgendwo und Ah, ich kann das nicht mehr tun. Jedes Mal auf dem Falschknochen. Mensch, komm, wir haben einen Glanzentang. Ich fahre, dass ich die Schäuble bin. und hinter dir ...und eine neue Knarre... ...des Kühlers Lasereien... ...und nachtaktives Lasergewehr... ...auch nix tolles... ...aber dafür einen verkrüppelnden Rakutenwerfer... ...und ich verstehe... ...fünfzig Prozent mehr Körperteilschade... ...den denn ich benutze... ...nur der auch seiner... ...unser Ding... ...hier, der hat nix... ...der hat... ...naja, ist ja nicht schlecht... ...könne ich den aufbessern... ...diese Mannheim... ...legendär... ...und Greifeltschöpf... ...W después stuff. ...enschein... Was verkostet du denn so? Boah. Das wär's. Ey, wo bin ich hier? Was mach ich hier? Was soll das überhaupt? Ich dachte, das ist wieder mal so ein kleines Gebäude und es entpuppt sich als Riesenlabyrinth. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Dann hör ich schon, dass hier irgendwo ein Schützturm ist. Die Frage ist natürlich nur, wo. Ah, ja, alles klar. Das war jetzt hier übrig. Naja, komm. E, da ging's nicht weiter. Rüstungswerkbank. Bei den Ansteigerschlüssen, ne? Da knackt's immer direkt. Ja, Klammer. Ist hier nicht zu fassen. Wie schön. Ach ja, so nicht. Was ist das? Oh, schwer rumrüstung sehen. Nehmen wir. Ich habe direkt in der Lust die Knaupe mitzunehmen. Wie dann? Ja, wir können eigentlich so gut in der Lust da. Ja, ich habe. Das ist aber hartnäckig, der Typ. Der E-Port war ein Führer. Vielleicht ist er wirklich aufgefallen. Diesmal bin ich in die Ex rausgegangen, um einfach ne Stunde zu schlafen, so, um da volle Energie zu haben. Und jetzt würde ich hier gerne raus, außer es gibt hier noch irgendwo ein schönes Heftchen, worauf ich eigentlich die ganze Zeit gehofft habe. Und da kam ich her, hier gehe ich hin. Aber das schien ja hier der Obermods zu sein. Sag mir, was ich tragen soll. Das ist mir... Ich weiß nicht. Nimm, was du nehmen kannst. Wenn ich das später kriege. So, wo geht's denn hier runter? Hier, dieser komische Aufzug? Okay. Ja, da unten, diesen Tunnel haben wir jetzt nicht weiter verfolgt. Ein anderes Mal. Ich speich auch mal und dann gucken wir mal, wo es... Ich bin jetzt... Ich bin ernsthaft. Come yo. ist ja nicht bleibt stehen du brauchst gar nicht bisher zu laufen wenn er mir schon die ganze Zeit auf den Sack gehen ist da auch für büßen hier gehts rum 2 und A 2 A ja 2 A heißt was der zweite Buchstabe ist ein A ich weiß nicht mehr wie die anderen hießen Mist wie hießen die anderen? äh jetzt mal mal gucken also 4 L 4 ist ein L 2 ist ein A und und weiter 7 A oh Gott 4 ist ein L also 2 ist ein A 4 ist ein L 7 ist ein A na toll soll ich mal merken da sind wir gleich bei dem mass fusion dingen wo wir wollen sie denn hier weiter gehen ja hier soll ich den weg finden da tatsächlich hier oh Gott ja da ist fusion da wollte ich hin vorbei am good neighbor jetzt eine 6 und ein O 6 O so oh wie soll ich denn hier durch den schrott den ganzen kack da kommt was Achtung ich sehe dich oh oh richtig scheiße 3 E ähm Ehe Ehe 2 ist ein A 2 ist ein A 2 ist ein A 3 ist ein I 4 ist ein L gewesen Rail 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 dann ist die 1 bestimmt ein R und das Passwort ist Railroad oder was ist ja lächerlich sehr sehr einfallsreich in dem so sei warte mal sieben ein A warte ja das würde sogar passen dann haben wir es ja jetzt schon raus da will ich hin ey ich bin gerade hier ich aber jetzt gehe ich dir mal kurz zu Ende hier Kopf hoch Kopf hoch ist das eigentlich was wert? mhm die Köpfe nicht 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 unbedingt ja wer hat ist das alles was was ich hier so sammeln wenn du das meinst also sonst würdest du hier nicht sammeln du denk mal mit einfach mal mitdenken Danny Boy Apple so gut wir gehen hier weiter hier liegt auch noch einer oh man was nehmen die hier alle rum oh oh was soll denn hier 5R ja was ist das hier für ein Gebäude? ne ich müsste hier mal kurz den Kopf wegschießen oh hm mhm hm so und mhm hm 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 Was darfst du behaufen? Oui, yoi, yui Der kam mir entgegengeflogen, hast du gesehen? Das ist nur einer. Achso, äh, ich muss jetzt nur durch, ich will den Füdern helfen. verfolgen. Mann, hör auf. Ich lass mich schon mal ablenken. Mensch, du. Bürschchen. Ähm. Wer sind wir hier überhaupt? Okay. Wie soll ich denn hier weiter finden? Was? Was? Oh, Mann. 1R. Hm. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Warte, ich hab das O vergessen. Na, so kann man es wohl nicht finden. Ich glaube, ich hab irgendeine Markierung übersehen. Hier. Als nächstes 8D. Halt und ich weiß, ich glaube, die operating es weiterentwickelt. Ich sch Hatten eine Frau mit ein незverw0b-r0b-r0b-r0b. Das war suis noch richtig. oder naja gut wissen ja jetzt Bescheid, wie komme ich da hin laladiii scheiße ich verlaufe mich hier total hallo so hier endet er also in einer kirche abgeschlossen folgend ach warte mal was sind wir jetzt suche nach der railroad ach guck mal wusste ich es doch das hat also finde die railroad das hängt also doch zusammen ja gut war jetzt auch nicht so schwer zu erraten brauche ich mir jetzt nicht viel auf die Schulter klopfen das sieht man ja Kollegen von dir ne schießt er nicht gerne schütternd ei 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 was ist denn hier denn da ach ach da ja ok wer will noch aufstehen also guck mal lass mal hier einmal durchgucken welches mädchen meinst du deine waffe ich hab dir ne andere gegeben kollege ja die kannst du auch gerne benutzen oder meinst du hier irgendwie eine deiner ghoul freundinnen ja hier gibt es jetzt scheinbar nicht ganz so viel oder was ist mit mädchen gemeint oder meinst du etwa die kirche so eine treppe ach so hier guck mal zum turm ach wie will denn zum turm tausend wege die man erkunden muss das dauert jetzt so lange zu laden für das hier Junge 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 ich glaub mein Schwein pfeift Kunko Vorrat 20 das nennen die ein Vorrat wow zumindest ein kleines Kugel ja nein ich hab nicht einen Fehler gemacht spring kollege spring ok ich bin wieder raus gut ähm wo bin ich denn da rein ach hier so wo geht nochmal wo kommt der denn her lag der da grad auch schon ey ich hab ein kurzzeitig der hieß unglaublich die 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 die